Ich bin ein naturverbundener Mensch und mir gefällt das Debüt allgemein, sei es Sommer und Winter. Vom Wandern her, sonst auch vom Skifahren her. Man hat natürlich, wenn das Wetter mitgemacht, eine ganz schöne Aussicht, alles miteinander. Deshalb gefällt mir noch etwas speziell an dieser ganzen Gegend. Jungen der Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Man hat nur mitgegebracht, was sich zerstört, jetzt mitgemacht, wenn Sie eine andere was für nur für den Tag prestigiert werden. Darin beginnest, wenn Sie die Nachbar auf der ersten Zeit kommen, Als sportlich ambitionierter finde ich den PSOE besonders toll, weil jeden Tag kannst du anders erleben. Mountainbiken, Gleitern fliegen, klettern, alles ist dabei. Fünf Seerwanderung ist schön, ja. Zoll allgemein, Sommer und Winter, Winter ist ein sehr gutes Skigebiet, gemütlich und familiär, aber im Sommer schöne Wanderstücke. Ja, sicher mal die Aussicht und natürlich unsere Bezahlhütte, ja, das Klima hier oben, die Leute immer schön fremdlich. Musik Das Schöne am Fizzoli ist, wir haben hier viel Natur, viele Möglichkeiten und einheimischer geht es fast nicht mehr, wie wir es hier oben haben. Musik Musik Ja, heute, dass so viel freiwillig helfen kommt. Man sieht man, wie es die Einheimischen und auch die auswärtigen Leute bei uns gut gefällt und viel daran liegt, um die Bezahl zu unterstützen. Musik 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 Speziell gefällt mir der Berg hier oben und die Aussicht. Musik Hier in das Rittel oben, hier in das Dorf oben, wunderbar. Und nicht zuletzt, die netten Gäste, das gefällt mir natürlich besonders gut an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020